Willkommen zurück zu Siebzweig, Scherz of the Madden Age, eine kleine freien Nacht. Wir werden jetzt einfach mal eiskalt ins obere Stock weggehen. Da habe ich mich so kurzerhand entschieden. Hallo Leute im Ballsaal. Falls ich eine Treppe nach oben finde. Ist das hier der zweite Stock? Ja. Sollte sein. Hoffe ich. Typ, ich wollte doch nur hören, was du sagst. Was? Es tut mir leid. Lass mich in Ruhe. Chicken, hier. Was tötet die Katze? Neugier, richtig. Ich bin aber keine Katze. Jetzt schon. Ja. Ich bin ein Katzchen. Miau. Miau, miau, miau. Läuft da jemand rein? Aber ich habe Schritte gehört. Karte. Irgendwo in einem gelben Bereich sind wir. Ja toll. Wo genau? Keine Ahnung, ich habe die Orientierung verloren. Da ist jemand. Ohan, Servant. Ruhme 1. Ist eigentlich ein Lichtschalter. Oha. 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 So, du bleibst schön schlafen. Bin zu hoffen, nehme ich direkt mal mit. Du bleibst schön schlafen. Ja, Licht aus. Mr. Frey oder Frey oder... Keine Ahnung. Feel free to drop by my office tomorrow if you would like to discuss compenting in our Desert Storm event next week as per our conversation. I'm sure your pineapple and black bean mutton loaf will be a big hit. Mr. Armani. Assist-Manager. Ja, darf ich auch in deinem Office by droppen, weil ich glaube immer noch. Ich habe das starke Gefühl zumindest. Ach, das ist der Raum. Okay. Ruhme 1. Was ist drin? Ruhme 2. Was ist in seinem Büro das Schlüssel... beziehungsweise die Kombination für das Sicherheitssystem ist? Ja, you imagined things. So, du kommst in Zimmer 1 rein. Nicht bei der Tür ablegen, vor der Tür. So. Servant. Oh, ich muss katalogisieren, wo sie die ganzen Servants packt, die sie betäubt. Nö, 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 nö. Ja, muss ich. Ich habe doch so ein schlechtes Gedächtnis. die ja alle am Schlafen und Schnarchen sind. Boing. Hoppla, ich habe die Tür nicht richtig zugemacht. Du hast keinen Lichtschalter, ne? Das heißt, du musst immer dauerhaft mit der eingeschalteten Lampe schlafen. Armer Kerl. Vor allem frisst das nicht Strom? Das erhöht voll doch die Geldkosten. Check, natürlich ist die Tür offen. Der Servant ist doch da rein und raus spaziert. Hier haben wir schon mal ein Buch liegen, das wir lesen können. Ein mit X markierte Stelle. Flackerndes Licht. Blut. Nee, nee, das ist garantiert kein Tatort. Was ist das denn hier? Mr. McSallis, we have received several complaints from agents and rooms about the noise late at night. Please be advised that any broken furniture or damage to the room will be reflected in your bill at checkout. Furthermore, we remind you that there are designated lounges within the hotel and the public lavatory is not one of them. Security has been notified of your lurking there and will take appropriate action if necessary. Please enjoy the reminder of your visit with us, Hotel Management. This is a very remarkable note. So severed arm? Wurde hier ein Typ zersägt? Oha. Meine Maske. Das gibt mir wieder ekelhafte Deja-Vus an zwei bestimmte Level of Thief 2, the Metal Age. Day 3, one of the Mechanics slave fellers walk in to clean the room or something while I had my arm up inside the wall. Damn thing caught me right when I found the wires. Guess it was a girl. She just kept mumbling and yelling for help and what not didn't give much choice. Ach, das ist von der Mechanics, die Hand und die Maske, die du auseinander genommen hast. I tried taking the body out but that noisy fat fella across the hall keeps peeking out at me. I guess I got to keep this meshes in here for a while. I want that gold thing on her head but it's bolted to the poor girl's skull. Gonna have to get a saw. Gonna have to get a saw. Gonna have to get a saw. Jaaa. Dann wird sie auseinandergesagt. Finally traces the wires to the floor and found the sweet spot. I guess this room is right over the safe, just like Nessen said. Ach, der safe room mit der Kamera vorne, wo mich die Iron Bestie verfolgt hat. Now I just gotta pry up the boards and get my hands on that loot. The room's starting to stink even though that things wrapped up in the closet box. I guess the mags really are full of hot air cause that's what came out after I finally cracked that gold mask off her. I think I'm coming down with something through cause my fingers hurt and I keep coaching. Been a few weeks since I heard from the fellas back home but today Nessen finally sent me a message. Didn't sound right at all. I think something fishy is going on. It took me an hour to read cause my eyes are getting all red and blurry but he told me to stop what I was doing and get back to Sunnyport. With the rest of the ruffians. Nobody else is with me. Not right at all. I can hardly think or write cause I heard so damn much russ. It's starting to smell so bad in here I had to go out for a walk. Them rich people were saying this. The staffs tossing rooms trying to find the missing servant. That fat fella is telling everyone he saw her go in my room last. If I felt better I would go set him straight for good. I don't know what day it is anymore. Left arm all bloody all the way up and my skin keeps coming off like dusk. Can't get to the safe like I'm supposed. To finger broke lean off when I tried to lift that plate. Cards pounding on the door saying I'm gonna be sorry when they get in. Still smells getting tired of writing. Thinking my good within hand is getting whatever the other one got so tired. jedes. 2020. Wenn du weinst. Aber hier, Nessen, das war ja auch der eine Anführer der Schmuggler, die wir haben auffliegen lassen. Da war so ein Typ hier. Ich frage, ist dieses Kreuz wichtig für mich? Die sind gerade hier. Ja doch, das ist genau da drüber. Muss mich das also nicht interessieren? Bild hängt schief. Ah, symmetrisch. Ah, symmetrisch. Soll ich einfach mal drauf einschlagen? Gucken, ob ich das zerschneiden kann? Ich glaube, das heißt nein. Okay, dann nehmen wir das einfach. Wir waren ja eh schon unten in dem Tresorraum. Tresorraum-Chicken. Na gut, da steht nicht dran, was es ist. Aber wir waren da drinnen. Interessanter wäre es natürlich, wenn das da reinführen würde. Aber tut es nicht. Tut es nicht. Tut es nicht. Ich wollte schon sagen, geht die Tür jetzt nicht mehr auf. Klemmt die. Bin ich jetzt für immer da eingeschlossen in dem Raum? Ach, chicken bist du. Bist du definitiv. La 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 la. Wo bist du hingelaufen? Wurdere dich nicht, warum deine Zimmertür offen ist, ja? Das ist normal. Komm, ich mache es dir doch wieder zu. Du hier einfach zwei Betten hast. Zwei Doppelbetten. Was auf ein Doppelbett nicht genug wäre. Ah.